Friederike Karoline Luise von Hessen-Darmstadt war durch Heirat Herzogin von Mecklenburg-Strelitz und die Mutter der preußischen Königin Luise. Leben Friederike war eine Tochter des Prinzen Georg Wilhelm von Hessen-Darmstadt aus dessen Ehe mit Luise. Tochter des Grafen Christian Karl Reinhard von Leiningen-Dachsburg. Sie heiratete am 18. September 1768 in Darmstadt Herzog Karl von Mecklenburg-Strelitz. Der zu diesem Zeitpunkt als Gouverneur König Georgs in Hannover fungierte, Friederike starb 29-jährig an den Folgen der Geburt ihres zehnten Kindes. Nachkommen Aus ihrer Ehe gingen insgesamt zehn Kinder hervor, von denen fünf bereits früh verstarben, Charlotte. Lehmniskarte 3. September 1785 Herzog Friedrich von Sachsen-Hildburghausen Karoline Auguste. Georg Karl Friedrich Therese Lehmniskarte 25. Mai 1789 Fürst Karl Alexander von Thurn und Taxis Friedrich Georg Karl Luise Lehmniskarte 24. Dezember 1793 Den späteren König Friedrich Wilhelm III. von Preußen Friederike Lehmniskarte 1. 1793 Prinz Friedrich Ludwig Karl von Preußen Lehmniskarte 2. 1798 Prinz Friedrich Wilhelm zu Solms Braunfels Lehmniskarte 3. 1815 Den nachmaligen König Ernst August I. von Hannover Georg Großherzog von Mecklenburg-Strelitz Lehmniskarte 12. August 1817 Prinzessin Marie von Hessen Kassel Friedrich Karl Ferdinand Augusta Albertine